Es war einmal vor langer Zeit, als ich, Akku, Meister der Verwandlung und Herr der Finsternis, in einem fernen Land die Herrschaft des Bösen entfesselte. Doch ein törichter Samurai wagte es, sein magisches Schwert gegen mich zu erheben. Aber bevor der letzte Schlag getan wurde, stieß ich ein Zeitportal auf und verbannte ihn in eine Zukunft, in der mein böses Gesetz ist. Nun versucht er nah in die Vergangenheit zurückzukehren, die mir gehört, um die Zukunft Akkus Zeitalter zu verändern. Von Wegen! Denn nach all diesen Jahren kann ich endlich verkünden, ich habe Samurai Jack und sein Schwert in meiner Gewalt! Nein! Samurai! Jack? Oh nein! Freund! Ach, Herr W. An alle anderen Narren, die es wagen, sich mir zu widersetzen! Euer Held ist tot! Euer Hoffnung ist tot! Nur ich bin hier der Meister! Lasst euch das allen eine Lehre sein! Zeit zu sterben! Samurai Jack! Manu, nach all dieser Zeit weiß ich jetzt gar nicht, wie ich es genau machen soll! Ashi! Ashi, kämpf dagegen an! Ich weiß, dass du noch da drin bist! Ashi! 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 Bitte! Ashi, fertig! Jetzt weiß ich es das werde ich nehmen oder ist das übertrieben doch etwas weniger vielleicht Ja Tochter du deinem Vater doch mal einen kleinen gefallen und töte den Samurai nein Aschi nein Ja die einfachste Lösung ist doch meistens die beste Aschi so kannst du es nicht enden lassen bitte Aschi werde ich werde ich Was soll da Wir kommen Jack wir eilen dir zur Hilfe Ihr seid nichts als armselige Narren Fliegende Affen nein wir gut springen Und wer sind die jetzt die 300 kämpfen für den einen Glühende Affen Appen Annih Annih Ha, 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 ha!